Aminmon. Aminmon. Bosheit ist der Pfad, den du gegangen. Doch die Bosheit wird nie Glück erlangen. Halt's Maul! Natürlich. In Zelda sagt Ganon zum Trifoss Halt's Maul. In Mario beleidigten Morten, Wendy hat Schlampe. Und was kommt als nächstes? Im Pokémon vielleicht? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle. Fick dich, du Hund! Hierbei kommen wir gleich nach dem Entwickeln. Ihr meint ja, ich brauche irgendwelche Brocken zum Entwickeln. Das würde kommen, das würde kommen, Leute. Ich habe eine Premiere gemacht und ich war live im Kampf gegen Gewaldro. Also Gewaldro haben wir schon gemacht und wir haben sogar schon auf sein Best-of reagiert. Ich war nämlich in der Premiere dabei. Aminmon hat heute nämlich eine Premiere gemacht. Und ich war live bei dem Video dabei. Per Zufall bin ich da mehr oder weniger reingefluppt irgendwie. Und fand ich geil. Hat mir sehr gefallen. Wir gucken uns gleich nochmal Aminmon an. Deswegen packen wir Aminmon einfach mal hier raus. Direkt mal hier hin. Neben dem Dropbox-Ordner, denn der liebe Aminmon... Nein. So, Videos. Liebe Aminmon, ja, der hat nämlich noch Bilder geschickt. Gucken wir uns auch mal gleich an. Wir haben heute eine Menge zu tun. Mit den Deluxe Boys und meiner Community. Ähm... Und, äh, ja. Vielen, vielen Dank für euren Support und für das Video. So, wir kommen zu Aminmonchen. So, MC Squared vs. Link. Oh mein fucking goodness. Nein, 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 nein! Hilfe! Ah... 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 Oh, Junge. Das bin, glaube ich, irgendwie ich, glaube ich. Ja, ich... Halt's Maul! Natürlich. In Zelda sagt Gendon zum Trifoss, heizt's Maul. In Mario beleidigt Morten, Wendy hat Schlampe. Und was kommt als nächstes? Im Pokémon vielleicht? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle! Hm. Oh... Dieser... Uh... Content von New Episodes-CN irgendwie geschützt ist. Sonst gibt es diese Worten-Strike. Fick dich, du Huren! Wie Pokémon niemals wäre. Ist denn überhaupt, wohin genau? Was kann, wohin genau eigentlich? Nennt mir eine Attacke, die wohin genau kann. Oh mein Gott, es gibt selten auch noch in so einer... Oh Gott, nein. Nein! Mit Bubble. Sprachen lernen mit Bubble. Ein dummes Scheißlänger. Mirko, Mirko ist da krass. Das ist der... Hitler! Du blöde! So ein behinderter Scheißwichser, ey! Was ist das denn überhaupt eigentlich? Das haben wir schon mal je gehabt. Amin, Mann. Oh Mann, ey. Am Anfang hab ich ehrlich gedacht, dass mir irgendwer Best-of von MC Squared schickt und dann meine Gaming-Videos, meine Streams zerschnibbelt und daraus dann so eine Comedy macht. Und zum Beispiel jetzt mal dieses geile Best-of von C-Ware mit der Ziege Schaf. Fuck, ich bin so ausgerastet. Es war so gut, es war so geil. Also, das hab ich auch nicht gedacht, dass ich dann so als Vorlage benutzt werde, aber es war ja dann irgendwann klar. Und es kam ja sogar eine YouTube-Kacke zu mir. Ja, man kennt. Amin, Mann. Warum spielst du denn auch so eine Scheiße da? Was ist das da? Was ist das für ein dummes... MC Squared, ich bin... Ja! Aminon. Aminmon. Klingt wie ein Digimon. Boosheit ist der Pfad, den du gegangen, doch die Boosheit wird nie Glück erlangen. Halt's Maul! Natürlich. In Zelda sagt Ganon zum Triforce Halt's Maul, in Mario beleidigt Morten Wendy hat Schlampe und was kommt als nächstes? Im Pokémon vielleicht? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle. Fick dich, du Hunde! Hierbei kommt... Ich hab auch schon lange gewartet, nämlich mit der Folge Nummer 1 von Pokémon Schwert. Abonnier mal ganz schnell diesen Kanal. Aktivier die Glocke. Morgen ist heute. Also ich freu mich auch riesig, es loszulegen. Let's go! Aber ich rauche nicht, habe auch noch nie in meinem Leben geraucht. So, jetzt geht's los. 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 Das Mocha! Wahrscheinlich macht er dann auch nichts mehr. Bruder muss los! Aber ich rauche... Sooo... Stehst du neben dem fucking Dude und... Oh. Oh oh. Oh oh. Nein! Äh... Ich hätte nicht mehr zurückkommen sollen. Ich hätte nicht mehr zurückkommen sollen. Ohl. 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 Ziegel. 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 Nur schon ein Schaf ist schon das Schaf. Es macht gern Unsinn und ist nicht besonders brav. Doch mögen wir das komische Tier. Oh schon, das Schaf raubt uns den Schlaf. Nur schon... Gerade unbedingt sein Spielspiel, was man heute erst gekauft hat. Hier steht es, ganz oben. Und da kommt erst mal so ein Update rein. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor... MC Squared spielt Zelda Link's Awakening. Nein, doch. Ja, das wird lustig, habt ihr gesagt, aber das... Ja, äh... Link's Awakening schaffst du auf gar keinen Fall. Shit. 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 Ja. Nix. Ich schaff das nicht. Ich bin raus, Leute. Ist... Absoluter Dreck. Dieses Spiel ist der letzte Scheiß. Moin. Ich bin raus. Bis morgen, ey. Hör! Hey, was wollt ihr von mir? Ich will Fleisch. Bruder muss los. Bruder fahr los. Bruder lass los. Bruder Spätzle mit Soß. Bruder lass doch mal los. Bruder wo sind die Pedalos? Bruder muss groß.